Die Zistrose ist eine Pflanze mit vielen positiven Eigenschaften, die sowohl für die Gesundheit als auch für die Schönheit nützlich sind. Hier ist eine Liste mit den 5 wichtigsten Vorteilen von Zistrose. Sie wirkt antiviral, antibakteriell und antimikotisch, indem sie die Anheftung von Krankheitserregern an die Zellen verhindert. Das macht sie zu einem natürlichen Schutz gegen Grippe, Herpes, Blasenentzündungen, Pilzinfektionen und Borreliose. Sie wirkt entzündungshemmend und wundheilend, indem sie die Bildung von freien Radikalen reduziert und die Regeneration der Haut fördert. Das macht sie zu einem wirksamen Mittel gegen Hautprobleme wie Neurodermitis, Akne, Schuppenflechte, Eczeme und Warzen. Sie wirkt immunstärkend und antioxidativ, indem sie die Abwehrkräfte des Körpers erhöht und die Zellen vor Alterung und Schädigung schützt. Das macht sie zu einem wertvollen Begleiter für das Herzkreislaufsystem, den Stoffwechsel, das Gedächtnis und die allgemeine Vitalität. Sie wirkt juckreizlindernd und beruhigend, indem sie die Ausschüttung von Histamin hemmt und die Nerven entspannt. Das macht sie zu einem angenehmen Helfer bei Allergien, Insektenstichen, Hämorrhoiden und Stress. Sie wirkt entgiftend und harmonisierend, indem sie die Ausscheidung von Schadstoffen fördert und das Gleichgewicht der Darmflora unterstützt. Das macht sie zu einem reinigenden Freund für das Verdauungssystem, den Mundraum und die Leber. Wie du siehst, ist Zystrose eine vielseitige Pflanze mit vielen positiven Eigenschaften. Du kannst sie in verschiedenen Formen anwenden, zum Beispiel als Tee, Kapseln, Tropfen oder Salbe. Wenn du mehr erfahren möchtest hinterlasse ein Like und abonniere.